Hallo und herzlich willkommen zu den Lernvideos der Schülerhilfe. Heute geht es um das unregelmäßige Verb croire. Es bedeutet glauben. Wir beginnen damit, uns anzuschauen, wie das Verb konjugiert wird. Es heißt Im Passé-Composé wird es mit avoir gebildet und heißt J'ai cru Croire kann verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem mit welchen anderen Worten es kombiniert wird. Wir schauen uns nun einmal die wichtigsten Bedeutungen an. Zunächst gibt es den Ausdruck Croire quelqu'un Jemandem glauben Im Satz heißt es dann Je la crois Ich glaube ihr Mit einem Pronomen Man kann auch sagen Vous nous croyez ou pas Glaubt ihr uns oder nicht Ein zweiter möglicher Ausdruck ist Croire que Glauben das Es heißt dann im Satz Elle croire que les Fées existent Sie glaubt, dass Feen existieren Eine weitere Wendung mit dem Verb croire ist Croire a quelque chose An etwas glauben Im Satz kann es dann heißen Tu crois aux ovnis Ovni bedeutet im Deutschen UFOs Also glaubst du an UFOs Wo wir im Deutschen UFOs mit Unbekanntes Flugobjekt übersetzen Heißt es im Französischen Objet volant non identifié Nicht identifiziertes Flugobjekt Wir haben hier gesagt Dass croire mit der Präposition a In Verbindung gebracht wird Das haben wir in unserem Satz Mit a plus les Also aux ovnis Man kann auch sagen En croire quelqu'un Jemandem glauben oder jemandem trauen Dann heißt es zum Beispiel Allons croire Also wenn man ihm oder ihr glaubt Oder traut Wenn wir den Ausdruck benutzen An Gott glauben Gibt es im Französischen eine Besonderheit Denn es heißt Croire en Dieu Das solltest du dir auf jeden Fall merken Es heißt dann Vous croyez en Dieu Glauben sie an Gott Es ist also eine andere Präposition Als wir gerade schon kennengelernt haben Man kann außerdem sagen Croire que oui Oder croire que non Dann heißt es zum Beispiel In einer Antwort auf eine Frage Ça va aller? Wird es klappen? Je crois que oui Ich glaube ja Oder auch Je crois que non Ich glaube nicht Fassen wir nun noch einmal zusammen Was du in diesem Video gelernt hast Wir haben uns das Verb Croire genauer angeschaut Wir haben gesehen Wie es konjugiert wird Und gesehen Dass es verschiedene Ausdrücke Mit dem Wort croire gibt Zum Beispiel kann man sagen Je te crois Ich glaube dir Also von dem Ausdruck Croire quelqu'un Tu crois aux ovnis Glaubst du an Ufos Da benutzt man den Ausdruck Croire a quelque chose Oder auch die Ausnahme mit Vous croyez en Dieu Glauben sie an Gott Da haben wir eine Ausnahme In der Präposition Es heißt dann En Dieu Schön, dass du wieder dabei warst Bis zum nächsten Mal Dieses Video wurde präsentiert Vom Online-Lerncenter Der Schülerhilfe Viele weitere Videos Tausende Arbeitsblätter Und vieles mehr Findest du auf